Und in dieser römischen Ruine haben sie an der Wand so Wandmalereien gefunden, ne? Und zwischen diesen Wandmalereien war ein Pimmel. Seit 2000 Jahren, vor 2000 Jahren, standen da erwachsene Männer und haben einen Pimmel an die Wand gemalt. Und fanden das lustig. Und jetzt kommt das deprimierende... Ich find's immer noch lustig. Es ist lustig!